Der Vielfalt-Virus hat seinen Ursprung am Speersort, mitten in der Stadt. 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist John Mint. Der Vielfalt-Virus breitet sich aus. Die ganze Stadt wird infiziert. Mehr Vielfalt geht nicht. Radio Hamburg, Top 819, der Oster-Mega-Hit-Marathon. Ja, oh ja, Mensch, mehr Vielfalt gibt es nicht. 819-Mega-Hits nonstop sind wirklich wüsterlich. Radio Hamburg, Top 819, versteh doch, es geht um den Superman. Mit Birgit Hahn, Philipp Kolanges und Horst mit Oster nicht verpennt. Diese Welt braucht Superhelden und die haben wir am Speersortieren. Und was sie auch braucht, sind coole Preise. So was hast du noch nicht gesehen. Mit uns werden sie zum Gewinner. Er wird sie zu Hause abgreifen. Wenn es da bestand, kommt vorbei. Ich bin der Typ mit dem heißen Reifen. Und ich sag Horst und er sagt Ja, John. Und er fragt Horst, weiß Birgit auch schon davon. Und sie sagt, lass uns starten, wir sehen top aus. Philipp kann es nicht erwarten, Oster fragt mir dann Horst. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. Das haben wir uns super schön ausgedacht. Ein fettes Vielfaltfeuer entfacht. Der Mega-Hit-Virus hat alle gepackt und jetzt moderieren wir hier Tag und Nacht. Auch in St. Pauli ist es passiert, weil da unser Virus schon längst kassiert. Rahlstedt, Niedorf, Harburg und Wedel, alle sind infiziert. Der Virus steht euch nur auf den Magen. Der Mega-Hit-Virus kann jeder vertragen. Da wird noch was gehen, ihr werdet schon sehen. Wir werden die Osterherrschaft übernehmen. Gibt Oster, Montag, dann die Top One. Sind wir am Sperrsort, alle zusammen. Machen Randale beim großen Finale. Machen wir Party, was keiner mehr kann. Er muss einfach zu Ostern sein, wenn wir dann Finale schreiten. Denn wir wollen euch feiern, bis es einfach nicht mehr geht. Bis der Osterhase weder gerade guckt noch gerade steht. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. 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 Schließ deine Augen und hör gut hin. Hamburg-Stadt und Blatt hat Osternär, Vielfalt im Sinn. Du schlägst drei Tage und zwei Nächte, das schafft man nie. Doch Radio Hamburg-Superhelden haben Energie. In einem sind wir alle gleich. Für die Ostern sind unser Feind. Wir wollen es wissen, was wird die Top 1. Darin sind wir alle vereint. Da fassen wir hier mal zusammen. Hat alles mit euch angefangen. Ihr habt unter 3.6 gespeichert, wollt Mega-Hits empfangen. Auf eure Fragen haben wir die Antworten. Mega-Hit-Marathon. 66 Stunden lang. Mega-Hit-Marathon. Wir haben die Formel für Super-Oster. Mega-Hit-Marathon. Lasst uns alle am Speersort feiern, weil... Mega-Hit-Marathon. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. Er muss einfach zu Ostern sein, der Mega-Hit-Marathon. Mega-Hit-Marathon. Vielen Dank.